Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zauberer zum Battle Mages, Sign of Darkness. Ja, wir haben Glück und der Safe hat die Quests übernommen. Das heißt, wir latschen jetzt zur Stadt zurück. Wir geben dort die Quests ab, die wir hier jetzt gerade erledigt haben. Nerven uns schon wieder darüber, dass uns unsere Regierde festhängt. Das Brigantenlager haben wir schon. Hier unten in dem Bereich waren wir halt noch nicht, aber ich glaube, da kommen wir später nochmal hin. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier oben das Gebiet und dann das. Ja, nach und nach alles halt. So, da kommen meine Soldaten. Und ja, die Stadt hat wirklich eine ordentliche. Eine ordentliche Armee, muss ich sagen. So, euch mal. Großes Vorrohrklager. So, euch mal aktualisieren. Und Lunabil braucht auch unsere Hilfe. Gucken wir mal, was habt ihr so alles für neue Quests. Ja, den können wir auch beim Wachsen helfen. Also ihr habt erstmal die Steine, die ich hier abgeben will. Ja. Ja, Agrav braucht 100 Steine, um zu wachsen. Ja. Ja. Und ihr habt 100 Steine, ja. Ja. Schön. In the same way. Gut. Wir werden wir fighten, oder was? Brigantenlager vernichten, verfluchtes Haus vernichten, große Monsterhöhle. Also wir klären jetzt mal diesen Bereich hier. Und tun den Altar wieder weinen. At last. Hier neben dem verfluchten Haus ist auch noch eine Grabstätte mit Akronüten, um die wir uns kümmern müssen. Joho! Wir werden wir fighten, oder was? Ihr braucht auch noch was. Ihr braucht nichts. Ihr braucht gerade auch nichts. Ihr auch nicht. Und ihr habt sowieso keine Aufträge, ihr seid ja feindlich. Joho! 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 We'll share the Trophies. We'll share the Trophies. At last. So, erstmal die auseinandernehmen. Oh, da kommen auch gleich die Lykan-Trophen. Achso, der Necromant hat die Skelette überschworen. Oh, wenn sie nicht sind. At last. Yeah, mein Dr. Schaman hat die nächste Stufe erreicht. Und Gold. What are we going to do? Are we going to fight, or what? What, Lord? Oh! We'll share the Trophies. So, den Necromanten. Are we going to fight, or what? Und eine Wissensschriftrolle für unsere Berserker. Are we going to raid this village? Verschwimmen, verschwimmen. Und die können wir eigentlich alle verkaufen, die Verschwimmenschriftrollen. Wolf beschwören würde ich gerne behalten, erstmal. Go on, without us. In the same way, us. Mm, yes. Okay, da war schon viel Gold drin. Oh, hier haben wir auch Gold fliegen lassen. Und verlassen im Friedhof. Wie gesagt, das ist jetzt das Brigantenlager dran hier. Und dann kämpfen wir uns Stück für Stück hier vor, bis wir dann da oben sind. Are we going to fight, or what? Are we going to fight, or what? Die Kamera ist manchmal etwas komisch. So, 75 Goldstücke, die da einfach wohl lagen. Ich weiß gerade gar nicht, haben wir wirklich, wir den Friedhof? Ja doch, wir haben den Friedhof und die Skelettgruppe hier zerstört. Grabstätte sind halt nur Akolyten zum Glück. Kill them all. At last. Verstecktes Nekromanten, das könnte etwas garstiger sein. Ja, weil da viele Nekromanten drin sind. Joho! Joho! Here they are. So, hier ist richtig Halligalli gerade. You think that's that? Go, get some more. What are we going to do? Here they are. Hmm, yes. Yeah, go on without us. Yeah, noch eine Wissungsschrift, oder? Hmm, yes. I'm going. And? Hmm, I don't agree. I'm going. Ah, wer hat, wer hat gerade noch Platz? Du hast noch Platz. Can't go on without us. Are we going to fight or what? And? You think that's bad? Okay, zurück zur Stadt. Wir müssen nämlich Zeug verkaufen. Ich habe zu viel Zeug im Inventar. Also hauptsächlich Nahrung verkaufen. Neue Aufträge von irgendjemandem. Ja, da wollte ich nicht reingucken. Abdruck hat nichts. Lunave hat auch nichts. Und Svirs hat auch nichts. Fast. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Ich frage mich immer, wo sich mein Schamane versteckt, aber der ist zwischen den Heerführern. So. Das heißt, wir verkaufen jetzt. Nahrung, die besitzen wir sowieso zu viel. Holz können wir auch verkaufen. Ja, die ganzen verschwimmen Schriftrollen. Eine Wissensschriftrollen kaufen und auch gleich zu euch packen. Ja, die drei Wolfsbeschüge, das will ich auch machen. Ihr könnt noch eure Nahrung verkaufen. Holzschild von Friedhof. Ach, den trägst du. Gut. Dacht jetzt grad schon. Gut. Ganz ehrlich, wir gehen jetzt hier unten lang und holen uns erstmal den Naturring aus der Wolfsgrube und den Energiering aus dem Warrock-Lager, Ring Svirs und Luna will ihre Sachen, die sie wollen. Und dass wir die Quests schon mal los sind. Fangen wir uns immer noch, wo die herkommen? Ne, Berserk haben einen Stufenaufstieg gekriegt. Naja, das ist die Wolfshöhle, die Svirs braucht. Und hier, aus dem Warrock-Lager, das wir noch nicht getötet haben letztes Mal, machen die anderen was. Naja. Das heißt, wir gehen so rum, erst die Wolfsgrube zerstören, dann den Elfen hier Holz geben. Und dann können wir hier oben uns um die Sachen hier kümmern. Knie gut! Knie gut! Knie gut! Wir werden uns um die kilograms in der Strache im Stuttgart. Die Flache inszeniert hat? Knie gut! Jäu-Hu! Knie gut! Knie gut! Das heißt, hier können wir diesen Flachen nach. So, hier drüben wäre auch noch eine Überhausung von irgendwas. Also ja, hier ist noch sehr viel hier oben.